Willkommen zu einer neuen Folge von Hitman. So, es geht weiter. Schön, dich zu sehen, Herr. Irgendwie sabotieren, ich weiß nicht warum. So, hier ist irgendwo eine Treppe, glaube ich. Da ist eine Treppe, there we go. Also ich hatte zwar gespeichert, aber ich konnte keinen mehr sabotieren, ich weiß nicht warum. Ups, warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Oh, ich kann's nicht fallen, warte. Ja, ich würde sagen, das ist verrückt. Hm. Ich weiß nicht. Identifiziere dich. Nein. Was. Ever. Und wo? Also ich bitte mal K.U. hauen. Hallo? Also kann ich den K.U. hauen? Das ist lächerlich, Alter. Ist das lächerlich. Ich habe ihn dreimal kaputtgehalten. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Hä? Das ist das, was ich nicht kapiere, ehrlich gesagt. Das ist das, was mir überhaupt nicht einleuchtet. Ich habe dich schon gesehen, wo ich vorher schon gesehen habe. Ja, du! Hey! Hey, Mister! Ich habe mich nicht mehr gesehen. Ich habe mich nicht mehr gesehen. So kann ich jetzt mal hier nicht speichern, 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 speichern. Ey, gib mir bloß jetzt hier einen Speicherpunkt. Ich will das nicht nochmal von vorne machen. Ey, die haben tausend Sachen gepatcht, aber ich kriege das Ding immer noch nicht schneller. Ich lasse mir das immer noch voll langsam. Speichern, 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 speichern. Ich will hier weg. Da. Also gespeichert, sehr gut. Danke, lieber Gott. I'm sorry, don't come around. We lost it. Someone's been hurt. Oh, yeah. Wie komme ich hier runter? Huh? Help! What's going on? Weg, 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 weg. Someone was on this person like a falling... Noch weiter runter. Hauptsache, wir haben es irgendwie getrunken. Dankeschön. 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 We received your message. Loud and clear, I might add. Honestly, you could have just sacked the poor guy. I didn't catch your name. No, you didn't. There'll be no retaliation, not for Soders, nor any other recent fiascos. Someone's been meddling in our affairs, killing our operatives, and making the I.C.E. look like fools. I think you got close to that someone, closer than we've ever been. That's why we're harrying you to take him down. I don't think so. Don't rattle our cages, Miss Burnwood. You really have no idea. You spy on us. bribe our people. And you have the goal to demand our help. No. You can't be trusted. Even so, we've been around for a long, long time. I think we could help each other. Some 20 years ago, your agency took in a young man with no past and extraordinary skills. In his own special way, he cares about you. And vice versa. And ever since that time, you've never stopped wondering where he came from and who made him what he is. There was a doctor. Some depraved experiment. But he's gone now. Well, if you believe the questions died with him, we have nothing further to discuss. If not, as I said, I think we could help each other. Partners, then. Cheer up, Miss Burnwood. We... We are the lesser evil. This terrorist. He wants nothing but chaos. He's only a terrorist if you win. Miss Burnwood. We won a long time ago. This... This is maintenance. This... This... ... This... 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 This is what we will be looking for. But what... Who should have met with Hitman Season 1. It's going with Season 2 after all again. Ich habe keine Ahnung, aber es geht irgendwann weiter Ich bleibe immer soweit fürs Zuschauen Bis dahin Haut rein Und tschüss